Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Regrowth. Zwei ganze Monate ist es jetzt her. Ich glaube, sofern ich die Folge auch heute rausbringe. Ich glaube, das sind sogar genau zwei Monate. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist die letzte Minecraft Folge. Beziehungsweise, ob es überhaupt irgendwelche Videos auf dem Kanal gab. Huch, ich fühle mich so pink. Ja, für die, die es nicht ganz mitgekriegt haben. Ich werde jetzt mal blöd rumlaufen wahrscheinlich. Würde ich es nicht mitgekriegt haben. Ich habe meine Prüfung geschrieben. Bin jetzt komplett damit fertig. Okay, das ist auch schon wieder zwei Wochen her. Hab mir aber dann ein bisschen, ich sag mal, Urlaub gegönnt. Könnte man es so sagen. Und ja, da bin ich wieder. Könnte es eigentlich noch so. Ja, das geht auch so. Habe ich natürlich null darauf vorbereitet, was ich hier jetzt noch machen werde. Wo ich das letzte Mal war. Was ich geredet habe. Ob ich überhaupt etwas geredet habe. Was ich überhaupt da machen war. Ich bin jetzt aber mal blind. Reingesprungen. Voll vorbereitet. So wie immer. Und mal schauen, was es wird. Schön, wieder hier zu sein. Oh Gott. Oh, Vorsicht, Feuer. Das meinte ich, Feuer. Genau, danke. Aua. Aua. Wie wirst du eigentlich gefüllt mit 5000? Du bist immer noch nicht ganz voll. Habe ich was gebraucht? Wahrscheinlich habe ich hier was gemacht gehabt. Also hier haben wir die Dinger an. Aber die funktionieren wird nicht. Weil full. Okay, okay, okay. Alles das. Schädel. Okay. Ja, dann mal hier wieder zurechtfinden. Schön übrigens, wieder hier zu sein. Ja. Moment. Hier sein. Dinge tun. Mal ganz kurz gucken. Vielleicht ein bisschen was erzählen. Während ich Dinge tue. Jetzt die Frage, was tue ich denn? Ah, okay. So, dann ist es nochmal alles. Oh Gott, warum ist es eigentlich nicht fertig? Warum ist es eigentlich nicht fertig? Das ist ja alles eigentlich completed, unlocked. Egal. Aber das made of war. Ach, das war das da. Genau. Ich muss es zwiegerlich sein. Dann muss man alles nochmal zurechtfinden. Das ist doch gar nicht fertig. Botanical Brewery und Manor Glass Wild habe ich doch schon. Hä? Müsst du mich verkohlen? Eine Botanical Brewery. Müsst du mich verkohlen? Was ist das eigentlich? Botanical Brewery. Jetzt muss ich neu... Ach, das ist eine Crafting Task. Ach, dann muss ich es neu craften. Müsst du mich doch verarschen, oder? Können wir das vielleicht noch kurz mal... Blast? Wollt ihr Blast von uns machen? Was zur Hölle wollte ich eigentlich tun letztes Mal? Schauen wir uns ganz durch. Wotopolt T-Shirt ist... Das bin ich aber immer noch nicht angefangen. Das kann ich auch mal machen. Wotopolt Naples. Was zum Fick ist das denn? Planting Chime. Clipper. Okay. Okay. Na gut. Was? 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 K wirst du klar ist doch bisher habe ich auch schon diamante emeraldo momente diamante emeraldo andersrum aber gut wenn ich wohl nicht bei das geben hallo wieso kriege ich immer zwei raus ich weiß es nicht diamante es beide und gripper gripper weiß nicht was heute los ist da ich bestimmt überhaupt spielen und dann die ganzen stoff schank essen strong habe ich hab noch so viele strom essen strong wo er tatsache indeed was ist ja nicht noch etwas reinschmeißen ja gut aber euch dann halt noch in den ganzen living rock let's rock netz geht's los du kannst du 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 und hier vier erst im deshalb sehr geändert habe ich mein stäbchen dabei ich meine stäbchen gar nicht dabei ach das habe ich da drum und sieht man jetzt ob es fertig ist oder nicht ich kann nicht gemacht werden zu einem habe ich etwas falsch gemacht aber ich bin verwirrt ich habe doch alles drin oder ich habe glow ich habe ich habe auch alles drin warum tust du denn nichts bist du an dem gebunden doch bist du hallo hey you hey hey listen hey hey was zum feck was der hölle ist los so ging das doch immer oder kaum spielt man keine zwei monate ja genau warum spielt man zwei monate nicht mehr funktioniert es nicht mehr habe ich irgendwas vergessen ich werde dann spielt halt nur noch das steinchen hier wo sie sind da ich werde noch das steinchen brauchen um es zu machen aber normalerweise ich muss ja doch gar nichts mehr drücken oder da muss ich aktivieren nee was leuchtet hier so schön kann ich das könnte man das nochmal entfernen kann das überhaupt entfernen jetzt ist fertig ich vermisse irgendwie die ganze acht die anzeige fehlt das hat bloß so lange gedauert jetzt ja aber gab es ja nicht früher eine anzeige wie weit es ist ich verstehe mein eigenes wort nicht mehr so jetzt da so für mich ist es leise für euch ich hoffe euch drohen es jetzt nicht so total verwirrt ich war fest überzeugt früher war doch eine anzeige so ein kleiner ist ein kleiner kreis das sich auffüllt aber da ist das selten ist vielleicht vielleicht doch mal das ganze fällt ab was ist überhaupt ja das was so jetzt guckse ich dann hier letzter quest book claim reward habe ich auch willow skulls und skulls und skulls und skulls bringt mir auch was für mein altar ich möchte kopf hier aus so genau das ist besser was trinken kann ich auch mal mit mir die köpfe die anderen so extrem ist extrem was kann ich denn dann doch kraft ist doch ja hallo äh ja jaja obal und ordeid sind Tactical ist pai resistanz 2 gestlama cast z rating aus dem zu die richtig harten sachen sind der es geht noch es geht noch weiter aus dem extrem infus noch was machen kann man dass die was machen ein muster und führst du hast du heilige schaffst du hast mir ist ganz cool das ist ja gut ist in die ganzen einzelnen ist jetzt kommt auch so muss man daraus noch was machen oder aber aus dem mix master infuse stone kann ich alles mal geht das nur mit dem master infuse oder ging das mit den vordringern auch schon eigentlich nicht das rezept davon ich kann auch so ein week regular strong also ich kann auch so dass zum master infuse machen okay interessanz weil nee nee so ging es schon mal was mache ich dazu dass er vorher auch schon ist jetzt auf zeit ist gott so gut genug geforscht jetzt mal wieder was sinnvolles tun ich will ich da schon weitermachen brauche ich das aus mir bräuchte ich höchstens wahrscheinlich weiß es nicht virus ist uns vielleicht wird das gar nicht mehr so verkehrt ich weiß es nicht schauen wir uns mal noch die restlichen hübs gebiete durch coding world warst du bist du ich habe mir keine lust auf bienen also das waren die ganzen ja genau oder wo groß ist es war ja und kraft was nicht geöffnet wurde und dann habe ich hier noch paar ausgegraut gebiete das hat man wirklich dass ich mal andere quest baum anfangen und ich weiß nicht irgendwie das gefühl sonst kommt hier nicht voran ich fange mal dieses auto world teachers an einfach weil ich es kann printer habe ich also jetzt machen wir es einfach mal wir probieren und aus machen wir sind was anderes als sonst bookbinder deshalb warum das ist umso kompliziert ich brauche papier und strings das sollte ich eigentlich haben also papier auf jeden fall strings auch das allerliebst der nacht draußen ist nacht nacht so passt passt natürlich nicht rein ist klar muss so gott confusing powder was habe ich denn hier alles drin eigentlich kaktus vielleicht sollte ich das vielleicht auch durch tun es ist ja nicht direkt was zum essen aber so gut bei der bookbinder gemacht wie die kartografie fuming hat es ist witchery What is this witchery? kaartografie basics ...bazics Das würde ich gerne machen Your kartografie basic... your are getting sick of getting lost in this terrain which looks very much the same and no matter which way you turn Picking up the trait of Cartography might be a wise move. Wie gut, dass ich das erst nach über 100 Folgen mache. Na gut. You can use the maps to survey the area and when placed flat on a surface such as a frame, you can use a drafting compass to mark points of interest on them too. Okay. Pity this makes fate rapidly as the map falls. Okay. And I want an empty map, drafting compass and spruce map, birch map, also einfach map frame. Also erst mal eine map, map, einfach an glaube ich, map, eine empty map, wie ging da eine empty map, also das ist dann die erweiterte empty map, empty map, papier und schwarz, 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 einfach schwarz, ganz viel paper, 8, und schwarz, 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 ne, weischkiste, hier, schwarz, schwarz, hallo, dass du da durch die Wand backen tust so, ne, so, äh, schwarz, schwarz, hab ich, hab ich Karte, hab ich Karte, so, das ist die 1, dann Draft, 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 Draft flints habe ich viel flints flint 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 kein flint hier drin richtig gut ich habe keine ahnung möchte es so machen für den so nicht mehr da gehe ich doch noch mal hoch ich habe noch ein netherrack schartet und das ganze wieder aus flints so zwei baue hier davon zwei davon ein star von zwei sticks und rafting compass liebst und last but not the least gott versetzlos hallo ansprüche ich zu sehr map frame aus welchem franzügliche material achten wir einfach das erste mal ganz kurz um zu gucken wie es überhaupt geht okay einfach sticks und das lab gibt dann an aus welchem material das ganze ist okay stick die sticks beziehungsweise schlepps habe ich noch ein schlepp übrig habe ich noch mehrere schlepps nimmst bloß wird bisschen fischte ich habe meine sticks merke halt mal kurz ich brauche mehr sticks habe ich noch sticks spruce map frame claim reward habe ich noch mehr im team apps und ein büchlein bekommen der bürger der jörg finger tipps an logon christell zu werden interessant ich will aber erstmal gucken was kann das kann ich jetzt eigentlich eine karte machen die karte ganz von hier vor dem terrain sehr gut da drüben bin ich werde ich ja perfekt hier bin ich eigentlich aber die mitte der karte ist der karte ist halt weiß gott wo also wenn ich jetzt da müsste ich dann nicht mich jetzt da drüben sehen bist bescheuert was machst du ja auf meinem brottschlöck ich muss ja hier lang da bin ich du warte 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 an der komik hier nicht gebeinert der kleiner au bist du bescheuert stirb nimm 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 so blödsding so gut würde ich sagen verabschiede ich mich für diese folge ich denke mit folgenmaßformat werde ich soweit behalten und dass mich immer wieder verabscheue und wir sehen uns dann wieder das nächste mal bis dahin und äh schön wieder hier zu sein tschüss